Hallo YouTube, ich möchte euch zeigen, wo ihr Prime-Syntoids findet, die man auch für diese eine Kampagnen-Mission braucht. Ich hatte so meine Probleme damit, weil es keine aktuellen Videos dazu gibt und auch einige nicht so ganz stimmen. Es ist eigentlich ganz einfach, die Prime-Syntoids zu finden und geht innerhalb von 5 Minuten. Alles was ihr dazu machen müsst, ist hier auf diese Map zu gehen, Uta Badlands, und dann hier oben auf diese Captain America Mission zu gehen. Es ist eigentlich direkt am Anfang der Mission und ja, easy peasy. Als erstes die Startcodes für diesen Weltraumaufzug. Das ist riskant. Es lohnt sich, Hill. Die Resistance ist noch anfällig. Wir müssen uns organisieren. Offene Kommunikationswege sind dabei entscheidend. Ich nehme an, Sie wissen, woher Sie die Codes kriegen. Jarvis hat einen Aim-Basis-Kommander gefunden, der sie hat. Den werden wir besuchen. So, ihr müsst einfach nur hier nach vorne laufen, nach Nord-Nord-Ost, grob gesagt. Und hier vorne sind sie schon. Wenn es euch zu schwer ist, könnt ihr auch die Schwierigkeit bei der Kampagne runterstellen. Ist sicher für den einen oder anderen eine gute Option. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Peace!